Zivilwunder, das hatten wir am Samstagmittag schon mal, die haben hier Stress gemacht. Da waren zwei Leute da, die davor und danach nicht wieder gesehen waren, die hier skandiert haben, ganz Berlin hasst die Polizei. Das ist ein Spruch, der auf dieser Mahnwache bei diesem Hungerstreik nicht üblich ist. Der kommt nicht vor. Aber an diesem Tag brauchte die Polizei einen Grund, um uns Gewalt gegen Beamte vorwerfen zu können. Wir haben hier heute mindestens acht Zivilwohlen, hauptsächlich schwarz oder sehr dunkel gekleidet, mit Knopf im Ohr. Bleibt friedlich, wendet keine Gewalt an, wendet keinen Widerstand an, falls geräumt werden soll. Und bleibt auch bei unseren friedlichen Sprechchören. Danke.